Ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 18 The Journey Hunter Returns und ich würde mal sagen, wir gehen weiter fokussiert ran, würde ich mal sagen. Gut, los geht's mit dem Training. Direkt nahm, okay. Kriegen wir eigentlich gut hin normalerweise. So. Gut. Oh je. Ah, komm. So war das eine sichere Variante. Das war auch nicht schlecht. Oh je. Na gut, so kann man auch machen. Sicher. Und drin. Perfekt. Haben wir es doch exzellent gemacht. Oh, abschlussunterdruck. Okay. Dann hat sie noch was den kriegen. Gut, stark. Haha. Starker Lopfer. Ah, schade. Gut. Jawohl. Wir müssen nochmal machen. Stark. Oh, der hat ihn noch abgefangen. Der war auch überragend. Nein. Na doch, der war dran. Oh. Okay. So. Gut gemacht. Ja. Passt. Gut. Dann haben wir das auch erledigt. Sehr, sehr gut. Das gefällt mir auf jeden Fall. Haben wir das mal perfekt erledigt. Sind natürlich besser geworden. Das ist die Hauptsache. Okay. Haben wir es auch erledigt. Darf ich mal sagen, gehen wir direkt in unser nächstes Spiel, oder? Kommt noch was auf uns zu. Wir wollen die drei Spiele noch gewinnen. Den MLS Cup nicht gewinnen. some Walen. Das ist hier. Ich sag mal. Endlich. Mal sehen. Okay. ich lasse mal. ich lasse mal. Ich lasse mal. Genau. Wir lassen das nicht. Nein. Ich lasse mal an, wir sehen mal. Verrät heute das gesamte Team. Lässt die Grundwerte der Galaxy im Stich. Wir müssen immer als Einzelne und als Team alles geben. Hurt auf die Fenster draußen. Sie wollen euer Bestes sehen. Und unsere Pflicht ist es, ihnen das zu geben. Spielt mit Intensität. Mit Stolz. Kämpft füreinander. Und bringt diesen Club dahin, wo er hingehört. Si se puede. Ja. Wir schießen ihn in den Erfolg. Ja. Ich will den Cup. Das wollen wir als ganze Team. Wir kämpfen als Team. Und zeigen auch, was wir drauf haben. Das ist ganz wichtig zu vermerken. Und zwar, wir dürfen kein Auswärtstor kassieren. Wir müssen kein Auswärtstor kassieren. Wenn wir kein Auswärtstor kassieren und Tore schießen, dann haben wir gute Chancen, dieses Spiel zu gewinnen. Und dadurch auch ins MLS Cup Finale zu kommen. Gegen den Besten aus dem Osten. Oh, schade. Ist Jones verletzt? Ne. Er kämpft. Beißt sich nochmal durch. Manuel Boateng. Das ist mal ein bisschen zu viel. Auch mit dem 0-0 komme ich auch gut klar. Weil dann heißt es auf jeden Fall, wenn wir ein Tor schießen und danach unentschieden, egal wie, würden wir gewinnen. Aber wir dürfen noch nicht so weit denken. Ja. Und Jones kann wieder. Jones ist nicht mehr angeschlagen. Und da. Jawohl. Ah, okay. Ist okay. Kleiner Nadelstich an den Foul. Passiert. So. Komm. Okay, komm. Schön gemacht. Ashley Cole. Abseits. Aber. Ja. Was willst? Ich raff das schon direkt. Aber nein, muss dann noch extra jubeln. Aber wäre natürlich schön gewesen. Auch natürlich ein schön gespieltes Tor, aber leider alles im Offside. So. Okay. Come on. Schön von Ashley Cole. Okay. Alles am Rini. Okay. Gut vom Schiri. So. Wo ist die Lücke? Da ist die Lücke. Da ist das Tor. Jawohl. Da haben wir das 1 zu 0. Durchsahle ist. Stark. Wir sind momentan in einer überragenden Form. Diese Form müssen wir so beibehalten. Was ist da los? Jawohl. Gut von Hunter. Gut von Jones. Das kommt entgegen. Schade. So. Okay. Jetzt müssen wir aufpassen. guter Passversuch. Gut abgedrängt. Gut abgedrängt oder nicht. Gut abgedrängt oder nicht? Ah, ist Halbzeit. Okay. Dann ist alles gut. Ich habe nichts gesagt. So weiter geht's. 1 zu 0 ist noch zu wenig. 1 zu 0 ist noch zu wenig. Um durchzukommen. Jawohl. Ja, komm. Wunderbar. Sardes. Da verlieren Sie den Ball. Ich komm. Alles Sandrini. Jawohl. Jetzt wird's gefährlich. Guter Versuch. Von Sardes. Ach, einen guten Schuss, der Typ. So. Direkt in den Konter reinfahren. Aber. Ah, das. Starke Parade. Das war eine gute Parade vom Keeper. Boah. Das ist schwer. Kommen wir dann überhaupt nicht rein in unser Spiel. Und wieder ist Sardes draußen. Ich verstehe. Und den Freistoß können Sie jetzt direkt versuchen. Komm. Gut vom Keeper. Nein. Da ist das scheiß Auswärtstor. Was ich unbedingt vermeiden wollte. Ja, alles wieder offen. Hunter. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gut verteidigt hier. Und schon wieder ein Unentschieden. Okay. Lassen wir uns aus. Lassen wir uns aus. Lassen wir uns aus. Ich komme gar nicht durch. Ich komme nicht in ein Dribbling. Gar nichts. Das ist unglaublich. So. Was spielt ihr da für Scheißbälle. Ja, und? Auswechslung droht. Toll. Das könnte der Gelegenheit werden. Klasse Technik. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Schönes Zuspiel. Da kommt er raus und hält den Ball. Ja, it's... Ne, jetzt bin ich raus. Oder ne? Doch nicht. Nein. Wir haben noch so gute Chancen. Kommt schon. Eckball? Ne, Abstoß. Ah, ab's halt ab. Na ja. 1-1. War kein... ...souveränes Spiel von Alexander. Ist natürlich mit Emotionen alles dabei. Wahrscheinlich das schlechteste Commentary aller Zeiten. Ja, gut. Ja, ja. Ja, ja. Komm. Hört mal auf. Es ging mir nicht alles. Muss man einfach sagen. Es hat mir nicht alles gelungen. Ja. Solange ich noch Startelf spiele, ist mir alles egal. Oh, Mann. Ärgerlich. Dieses 1-1. Das hat mich geärgert. Aber gut. So ist es nun mal. Ähm. Ja. Gut. Zwei Tage ist das Entscheidungsspiel. Muss man mal sagen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Haut rein. Und ciao.